Ne, ganz normale, Clean Stone Stufen. Also, Brick Stone. Clean Stone Stufen. Ja, also, ja. Ja, genau, Brick Stone. Mach einfach. Oh, Mann. Weißt du, was eine geile Idee wäre? Minecraft Wiki. Minecraft Wiki is killing me. Ja, wir sind dann aus Wolle Half-Steps und Treppen machen können. Das wäre cool. Das wäre Dufte. Dufte wäre das. Dufte wäre das. Ich habe hier noch mein Glas, schön mit was zu trinken. Sag ich doch. Es gibt keine Stone Stufen. Es gibt keine? Stone Stufen. Stone Stufen. Hast du auch Stone Stufen? Hey, jetzt übrigens noch 64. Stein. Und hier hat es Steinziegel Treppen. Hat es noch im Regal. Muss nur abstauben. Ja, dann gibt es hier schon welche gebaut. Big Stone Stufen. Was können wir denn eigentlich noch so um die Hütte verschönern? Da gibt es ja auch noch einige Dinge. Oh, nee, ich habe wieder Creeper. Moment, dein Creeper, was machst du denn dazu? Vor allem, er stirbt immer jedes Mal. Wäre ja nicht so das. Aber irgendwie steht dann da und da Annie Blue up. Annie Blue up. Wow. Wer hat von irgendwo... Gleich macht es Wombs. Wollen wir wetten? Ich schließe Wetten auf, wenn die habe ich gewinnt. Wombs. 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 Es hat Boom gemacht. Und es hat Boom gemacht. Wombs. 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 so ach ja ich bin jetzt und das Redstone Jo Perfetto so jetzt muss man das ganze hin noch mal machen wo die andere weil ich noch mal weg vom Fenster Folgen zu mir unauffällig werden zu der er ist aber wird machst du immer Blu-Abwehr er hat jetzt alles hingeschmitten wird es zu mir ja tp netcube aber pass auf dass du mit in Lava fliegst danke dass du mir das Feuer sagst so bist du dann kann ich dich sporten pass auf dass du nicht in Lava fällst ja geh du mal weg pass auf dass du nicht in Lava fällst hast du Fackeln? hier ist die zweite Tür da hab ich schon ne Fackel ja ich weiß da war ich ja gerade ich wollte mal ein bisschen hier müssten wir jetzt eigentlich auch aber ne ja ich wollte mal ein wenig ich wollte mal ein wenig die Welt erleuchten ja es tut oooohh was ist los? du hast meine Hose glaub ich ja haha da rosige Grüße da wenn du reinpasst hier unten war doch mal dieser Dungeon ja hier unten war der Dungeon kannst du mal hier rinnen kommen hier ist er Daniel Bocken schmerz zu dir bitte ja mal ne fette Freundin und ja auch mal immer ihre Hosen tragen dann war auch immer ganz witzig oh jetzt machst du hier hauah hauha 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 dann so ein Jahr das erledigt hier warum ist das jetzt so weiter ich will jetzt um aus dem Tisch noch aus sollte zu solltest man meinen Verlauf sehen Teleporting mit dem zu einigen Teleporting in die Bildung der Küche Teleporting mit dem Tutorados das die ganze Zeit Prozent der Zivilisten aus der blauen Hose wird für die blauen Hose wird für die blaue Hose ich guck da mal wieder auf die Bildung des Kindes so richtig Ah jetzt so oft jetzt ist es weg ich sehe keine blaue Hose bei dir oder was bei mir eine blaue Hose bei mir ja bei bei dir schwungen ja der Standardskin von ihm aber der sieht bei mir anders aus dem Tech-Jab-Pack das ist ja wunderbar bei mir sieht da richtig gut aus vor allem bei den Füßen so ein Stück im Boden steckt so eine Witzung unserer Automatik testen dann komm mit auf auf ich bin schon mal ein bisschen in meinunglichen Jahr ihr habt uns aber das da auch in machen aber wir haben keines Leinbolts mehr nicht mehr ausreichend oder Prozent Prozent nicht hatten wir dann nicht irgendwo diesen war dann nicht nur das Problem am Dienstag in der Landung nein leider immer meine Hose ist das Problem ich hab keine Hose da auch meine Achso die mit dem habe ich leider nicht mehr nicht mehr gefunden von den Zündern da hat er den Scheiße und es sei wohl kein Durchgang das war das wohl vertragen da wurde mich da unten dann ist gibt es mir richtig ganz egal wo er Prozent wir könnten draußen aber noch ein wenig Terraform weil da draußen gibt es eine Landschaft die irgendwie nicht so gut aussieht hat mich eingebaut vielleicht solltet ihr hier wieder die Tür hinsetzen und so nö nur aber nur weil du es bis heute Morgen sind nur Kommandos geht was das selber Prozent aber ab so noch künstler und die Tasche ist so toll ich mache aber alle hier kommt er hin Prozent bitte unbedingt Prozent das sieht so scheiße aus aber nur die Zeiten Prozent aber scheiße bis zu den schon wieder ich sage immer Hauptsache gesund Zentrallager und Eisen gesehen ja schnell dein Eisen burned eingebaut ich schicke euch gleich zwei Lohren habt ihr gehört hast du noch eine Treppe Lohre komm gleich zwei Lohren ziemlich nah aufeinander was meine Treppe Daniel ich habe keine Treppe aber ich glaube Mike hat welche muss man gucken nee die haben wir gerade verbaut er sagt schon bestimmt eine Viertelstunde nein hab keine nein hab keine Daniel hat bestimmt welche könnte man eine Schleife setzen die Kamerlager da kommt ein Krupp in Lüch Prozent jetzt kommt die eine Mischung noch zurück in den Nein Prozent 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 wir wollen es vielleicht vielleicht Blendenzen Prozent Prozent Ich habe übrigens keine Stufen. Ich dachte, ich sag's noch mal. Welche brauchst du denn? Steinziegelstufen oder was? Brickstone. Steinziegel. Wir kommen schon nicht weiter. Komm und holst dich ab. Steinziegelstufen, Brickstone. Steinziegelstufen, Brickstone. Steinziegelstufen, Brickstone. Holst dich ab. Erstmal hier. Oh, da. Ja. Nein. 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 Ja. Hm. Ja. Jetzt ich mal den. rücksicht nein nicht schon wieder aber ich hau mich jetzt aufs Ohr es sind ist dunkel dann können wir draußen nachher später mal ein bisschen die Erde auf Räume als die Lohre kommt unbemannt bis nun mal ein bisschen hat die erste gerade den Applaus haben wir keine mehr haben wir leider keine Schleißen Bette was kann er sich nicht leisten und er hat mich und er hat auch keine Diamanten gefunden nein habe ich an okay holen uns mal aufs Ohr oben wie wär's warum habt ihr eigentlich kein Stolz kein Stolz mein Gott gebaut Bauen wir ab und zu mal wenn wir so laufen wenn wir jetzt nicht in den die Dinger schicken warum wenn ihr das schon hier ist die ihr könnt ihr könnt jetzt hochkommen wir pennen jetzt erst mal es ist dunkel es ist dunkel dunkel sind du hast noch dein Bett dabei glaube ich das kannst hier positionieren hier wo ist hier hier gehört das hin ach so hier ist und mann ich schlafe um meine Luxus-Suite ganz klar Monster wenn ich kann dann oben können oder so wir sind Monster in der Nähe und jetzt der und das an mir gehen dann hier dafür schlagen das ist mein Bett die Antwort kannst du jetzt ausdenken und muss der Grieber sein verdammt das ist ab und mal er wird klar nein um muss er muss werden muss der Grieber sein weißt muss der ja kann ja bei meinem Glück nicht mal nur zum Wiesel muss der Grieber sein und tollen das machst du wieder ganz für nur ein bisschen Holz fast auch es wird ein ganzes Geld die Eingangs immer wieder ein bisschen größer machen lassen und man hat so wie gut und ich kein Schwert wir haben Spanking wir brauchen auf jeden Fall 8G im Holz holen und das wieder auszubessert das gibt es so und holt wo es ist für die Runde ist die Norde und holen ja schon für die Schmerz genau der Brücke sagen muss er wie alles das war Ich hatte da noch ein bisschen Dirt. Dirt. Doch kein Dirt. 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 Dirt, 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 Dirt. Wieder bei Dirt. Dirt. Da sind wir wieder bei Dirt. Immer die Olle Dirt. Ah, Red Alert. Dirt Alert. Dirt Alert. Das war der Dirt Alert. Nur bei uns. Bülken scheiß das ist falsche Holz seht ihr das ist auch mal so es ist von einer gibt es doch nicht mehr Kacklitz nix kann er nämlich kacke falsches Holz und wir haben nur noch das Mann da muss wohl neu ist an das ist aber den Weg hatten es gibt ein das ist auch nicht doch werden ganz weg Aber dann fängt er gleich an zu... Ja man, warte mal, stand hier nicht früher der Pilz? Da standen zwei Pilze, die haben wir in der letzten Folge abgerissen. Im Zuge von Neuerungen. Außerdem sollten wir hier mal ein bisschen Terraforming betreiben und die ganzen Fackeln wegmachen, die Annie ja hier so großzügig platziert hat. Ein bisschen Terraforming, dann holt er noch ein paar Creeper. Machen wir uns einmal den Meteor-Schauer. Ja. Flash Spawn. Creeper 500. Ach, boah, alter, wenn die alle auf einmal um dich rumzubohlen, dann all in die Luft fliegt. Eieieieieiei. Den bist du tot. Den Kram würde ich nicht wegmachen müssen. Nee, das ist doch. Hallo, wir reden hier von Daniel, das ist Gita, der macht vorher Slash-Gott. Ähm, du musst die unten platzieren, ne? War da nicht eine Scheibe drin? Da war eine Scheibe drin. War da eine Scheibe drin? Ja. Hallo. Alter, doch könnte sein, ne? Ja, ja, das ist nicht. Hier war eine. Rizzle, Rizzle. Immer diese Creeper überall, wie ich sie hasse, diese grünen Ungetümer. Rizzle, Rizzle, Rizzle. Du brauchst dringend eine Beschäftigung, Mike. Dringend. Nee, ich brauch was zu rauchen. Ich sag ja. Darauf wollte ich hier anspielen. Ein Long. Will mal wer gerade das andere Holz aufnehmen? Finde ich gut. Top. So kriegen wir jetzt das andere Holz noch, ja? Wir haben genug anderes Holz. Reicht lässig. Was? Cheatet, ne? Ich hab nichts gejeatet. Nein, nein. Ihr habt nen Baum abgefarmt, Mann. Das Glas kam auch unplötzlich. Ne, das hab ich mir unten vorhin schon gemacht. Ja, genau. Ist kein Witz. Ganz mal gucken. Im Chat gibt nix. Soll da stehen. Giving, giving, giving. Yeah. Jetzt. So ein Pilzader getroffen. So. Also wollen wir jetzt hier ein bisschen Terraforming betreiben, weil guck mal, hier geht da drüben. Das hier drüben gefällt mir nicht. Erstmal zwiebeln wir in den Baum weg, weil das hier geht ja mal gar nicht. Den Kruppel. Ja, hier den. Der will die beste, the best of the rest. The simply best. Bum, 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 bum. Das ist hier das only let's play. Kanal unbedingt. Oh, scheiße, soll ich ein Pannei-Klis einspielen? Oh, ne, ey. Alala, nein, 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 nein. Ein Mensch werdet sich immer, wenn Musik inhalten, nein. I've been watching you. Lalalalalala. You can touch this. You can touch this. It's my life. Wo wollte er denn jetzt inwiefern denn jetzt Terraforming? Mach einfach alles flach. Ne, aber auf jeden Fall mal da hinten, die sind, die sind sie weg oder diesen. Diesen Bach hier, dieses Gebilde hier. Ja, wo war das? Ich geb dir jetzt mal alles, weil ich mach gleich fort. Mach's gleich fort. Fort. Halt die Schnauze voll. Ja, hab keinen Bock mehr. Hier hinten, guck mal, das ist voll krüppelig hier, diese ganze Geschichte hier. Und dann müsste man hier unten vielleicht mal das Wasser wegmachen, weil... Hier hast du noch ein bisschen Rüstung. Cool. Ob ich schon nicht, können wir hier Terraforming machen. Danke. Ich hole in dem Fall gleich noch ein bisschen Erde, aber ich ernte jetzt gerade erstmal kurz das Weizen hier ab. Was hier so zahlreich gewachsen ist. Du, ich will doch nicht, wenn ich ein Bach wie jetzt hier... Also nicht den Dirk hier, sondern irgendeinen anderen oder was? Ich zeig dir das gleich. Warte, wo bist? Ich komm grad aus dem Garten gelaufen. Ach, es fängt an zu pissen. Na geil. Hier, das hier. Das hier. Endlich wieder weg. Das hier soll zu, weißt du, das da. Blätt oder nur so ein Übergang? Komplett. Das hier drüben auch. Bis hierher soll da zu sein. Kann man mal ein bisschen eben eine Landschaft brauchen. Vielleicht.